Die Open Faces Freeride Series 2019 19. Jänner, der Saisonauftakt in Kappel Servus, herzlich willkommen, liebe Zuseher 9. Februar, Freeride Action im Skijuwel-Alpbachtal Mädels, herzlich willkommen zum Skifahrer! 16. Februar, Vier-Stern-Premiere im sportlichsten Skigebiet der Alpen, Silbretta Montafon 9. März, zu Gast im Salzburger Land Stopp Nr. 4, Gastei Hey, wir schaffen uns ins Landing aus! 6. April, das Grand Finale im Kampf um die letzten World Tour Tickets Obergurgel-Hochgurgel Zeit für neue Geschichten Zeit für neue Helden Mehr Infos unter www.open-faces.com